Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Sam & Max Beyond Time and Space. So war es doch, ne? Ja, bestimmt. Okay, wir nähern uns Episode 2. Moi j'ai bester blues. Ein Überraschungsausflug in die Truppen wird zum Arbeitsurlaub. Als Sam & Max beschließen, einen massiven Vulkanausflug aufzuhalten, wird ihre besondere Mischung aus verwirrten Witz und abtrünniger Gerechtigkeit ausreichen, um die Götter zu besiegen. Von den heimischen gar nicht erst zu reden. Okay, let's do this. Finden wir es heraus. Ja, Max. Wenn du so, Miss Daisy. Wenn ich bin, haben wir uns ein paar Monate zu kommen. Also, ich muss den De Soto gehen. Du solltest du dir das vor, bevor wir leften. Niemand hat gesagt, dass wir durch die Hudson Bay mit dem Top Down fahren. Was das alles ist? Hm. Hm. Unless I miss my guess, Sibyl's being pursued by some kind of rogue semi-sentient interdimensional portal. Hm. Help! Think we should try to help her? Can't think of anything better to do. Hm. Und damit noch einmal herzlich willkommen. So. Äh, auch die Ärmste. Okay. Gut. Wir sehen uns natürlich um. Was gibt es denn Neues? Hm. Und was haben wir da? Christmas saved. Santa pronounced dead at the scene. Oh. He's not dead. Just in hell. Probably best if we let the kids just think he's dead. Äh, klar. Natürlich. Okay. So. Wo ist er jetzt? Da. Sie kommt zurück. Sie rennt immer im Kreis. Was ist denn das? Dreieck. Es bleibt einen Augenblick stehen. Hm. Wenn ich... Okay. Okay. Hey, was hast du getan? Es ist ein kind of semi-sentient interdimensional portal. Guck mal. Da bleibt es einen Augenblick stehen. Sibyl? 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 Brauchst du Hilfe oder kommst du klar? Naja. Wir gehen erstmal ins Büro, ne? Mal gucken, was sich da so getan hat. Äh, sie kommt schon klar. Ja. Und da sind wir. Okay. Oh nein. Oh. Was hat er hier getan? Es ist nichts, was wir tun können, um mich zu tortieren, Elmer, das für ihn nicht bereits getan hat. Ja, wir waren ziemlich klar letzte Nacht. Ja, okay. Eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hi Max. Es ist Max. Von der Zukunft. Ich komme zurück, um dich zu warnen. Nicht vergessen, die 12 Mönche. Also, sag Sam. Ich sagte Hi. Was war das denn? Ich mache 12 Mönche Chili. Und hast du meistens die Mönche vergessen? Nein. Ich habe sie vergessen vergessen. Äh, okay. Ist da noch was anderes drauf? Oh, das ist die Blutbank, die für Mr. Max. Ähm, danke für eure sehr geehrte Donation. Aber wir würden wirklich prefer, dass die Leute nur ihre eigene Blut anbieten. Boah. Jetzt, was werden wir mit all diesen Bucketen von Seamonster Blut machen? Wir könnten eine groteske Slip-n-Slide bauen. Great Idee! Wir nennen es den Burtkanal. Boah. Alter, das ist furchtbar. Es ist das wichtigste Sache in diesem Office. Jetzt ist der Mr. Spatula weg. Ja, allerdings. So. Irgendwas Interessantes. Hier können wir vom Fenster aus was gucken. So. Hm. Hm. Nein, leider nicht. So, da hat sich nichts verändert. Hier im Fernsehen. Irgendwelche Neuigkeiten. Ähm. Äh. Klar. Gut. Irgendwas hier. Hellseeking. Ach guck mal, er hat den Nordpol mitgenommen. Ach, wie schön. Wir benutzen das von Santas Workshop, bis er zurückkommt. Wann denkst du, dass er aus der Hölle kommt? Wahrscheinlich gleich, nachdem es überkommt. Hm. Ah, okay. Ja. Zu vermieten. Halt. Guck mal. Zu vermieten. Guck mal. Steht halt zu vermieten. Das steht zu vermieten. Das steht zu vermieten. Ja. I'm impressed. It's even more beat up than our office. Yeah. If he thinks he's getting a security deposit back, he's crazy. Ah, okay. Und neue Bilder. That finger painting looks oddly familiar. Hm. I put it on the new dollar. And a crabby senator from Kentucky. Alter. Meine Güte. Und? Alles klar bei euch? Ja. Alles klar bei euch. Okay. Super. Ach, hier guckt die, äh, Boxy Betty ist ja auch mit drin gelandet. Ach, wie schön. The finest in remote control Fisticops. Hm. Brauchen wir im Moment aber nicht. Ah, warte mal. Nicht, dass die weglaufen. So, ciao. Okay. Gut. Ciao. So, was geht hier drüben ab? Noch immer irgendwelche... Oh. Me too. I really love that guy. No. Okay. Aber gibt's nichts Neues. Einen Boxerkammer auf. I hope that after getting a punching bag for the office, Max would stop hitting me all the time. But that's how I show affection. Well, could you stop loving me so much before 6am? No way, Sam. I could never stop loving you. Oh. Okay. Da ist nix mehr. Gut. Also hier drin haben wir offensichtlich nix. Hm. Raus auf die Straße. Ja, ja. Sehr nett. Sehr nett. Sehr nett. Okay. Was machen wir jetzt? Da kommen wir nicht weiter. Jimmy Zweitzahn. Hast du irgendwas zu sagen? Well, well. Jimmy Two Teeth. We were wondering where you'd scampered off to. What are you doing just standing there? Stop that thing! It's already sucked up Big Otis and T-Bone. Okay. Gut. Der hilft uns hier nicht weiter. Äh... Bosco. Bosco ist... Oui! Ja. Bosco ist immer gut für irgendein Gadget. Oh. Hey Bosco. What do you know about suddenly appearing interdimensional portals? Well, I hear a lot of things. What does it look like? Three sides? Reddish? Chasing Sybil? Oh. Well, what you got there is a Bermuda Triangle. Was? Of course. Why didn't we think of that? Wait. Chasing Sybil? You mean it's here? Oh, that ain't good. That ain't good at all. Okay. So. So. Sollte das Bermuda Dreieck nicht in Bermuda dreie... Naja. Okay. Kann man das Dreieck aufhalten? Äh... Boah. Wir fragen alles durch. What's the Bermuda Triangle doing all the way up here? Sometimes they just like to wander. Unless... It was summoned by T-H-E-M! Uh-uh. Nein. Fang mich schon wieder damit an. Who summoned the Triangle here? I told you! T-H-E-M! I really hope you're talking about the giant ants this time. Giant ants? That's crazy! I'm talking about the mysterious Cabal of Controllers who summon the Triangle as sentient portals to do their dark bidding. Well, that makes sense. If there's a triangle in our neighborhood, that means they're coming! Hm. Okay. Ja. Wir können ein wenig spekulieren, ne? In dem letzten Spiel war es ja auch in den sechs Episoden tauchte immer wieder dieser Mr. Blizz auf, der erst überhaupt keine Rolle zu spielen schien, sondern nur so eine Nebenfigur war und dann plötzlich sich in der sechsten Episode als der Böse herausstellte. Und? Wen haben wir hier? Können wir mal drauf achten, ne? Why does the Bermuda Triangle have such a grudge against all those boats and planes? Oh, the Triangle got a bad rap for that. Scientists say those accidents were caused by sudden explosive outbursts of methane gas. Hmm. Speaking of which? Max, don't. What, Sam? I was going to point out that many Phenomena long believed to have paranormal causes have actually turned out to be far more mundane in origin. Only one Phenomenon's tremendous power continues to baffle scientists and defy rational explanation. Who was that? Oh, Alter! Warum? Was ist denn so schlimm an diesem Dreieck? Why is the Triangle got you so spooked? It's a bad omen, guys. They're coming for us. I'm going to work even harder to get my emergency bunker in shape. And I recommend you two do the same. Is our emergency bunker in shape, Max? It sags a little, but you try looking that good after two kids and a Y2K scare. Boah. Okay, wie können wir das Dreieck aufhalten? Genau. How do we help Sybil? Once the Triangle gets imprinted on you, it's tough to shake it. But they say you can train them, if you can figure out how to communicate with them. Okay, wie können wir das tun? How do we communicate with the Triangle? Well, they're very attracted to Symbols and Sigils. Oh. And Sybils apparently. Mhm. Those two. They're not real picky. They're driven by shapes and colors. A pink rhombus makes it nostalgic for the fifties. A red octagon makes it stop whatever it's doing. A blue icosahedron makes it sit in its mom's basement and draw maps of dungeons. And they can't see or hear. So you've gotta feed them a symbol of what you want them to do. Hm. Hm. Ich verstehe. Okay. Gut. Wir müssen erst mal ein Dreieck finden. Ah. We'd like to buy something. I told you fools last time. The store is closed. But I've been craving a pack of beef tarts for weeks now. It's the delicious tangy candy that makes its own gravy. Help us out, Bosco. Stop wasting my time. I'll never get the bunker ready if you two keep jabbering at me. Okay, gut. Alles klar. Bis später. Keep watching the skies, Bosco. Always. Always. Okay. Haben wir denn hier irgendwas, was uns weiterhelfen könnte? Max Impeachment weekly. Volumes 14, 15, and 16. Volumes 17 kommt nächste Woche. Ist das wahr? Irgendwas interessantes im Trash? It's a combination shredder, incinerator, compactor, and humidifier. Big deal. So am I. Raumbefeuchter? Uah. Okay. Nein, ich will nicht mit dir sprechen. Ich will nur gucken, ob hier irgendwas nützliches herumliegt. Hm. Sieht aber jetzt nicht so aus. Halt! Bosco Tech cryogenic chamber and ice cube maker. Ice cube maker. Können wir da dran touchen? Können wir nicht. Okay. Ne, sieht nicht so aus, ne? Und da ist noch irgendwas von seinem alten Zeugs. Okay. Haben wir hier was? Das haben wir alle schon gesehen, 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 gesehen. Da hinten, das haben wir nicht gesehen. Äh. Äh. Ja. Okay. Gut. Schönen Dank auch. Okay. Mehr ist hier vorne. Vielleicht Alufolie. Guck mal. Ähm. Okay. Ich sag da mal nix zu. Gut. Ähm. Hier konnten wir nicht viel erreichen. What now? What now? What now? Da sind wir wieder. Sybil. Äh. Da kommen wir nicht rein, oder? Sybil? Sybil's Office ist geöffnet. What does she do now anyway? I don't know. But whatever it is, she's doing even less of it than usual. Hmm. Genau. So. Das heißt, wir können als nächstes zu Stinky gehen. Stinky. Yay! Mhm, klar. Einfach Platz nehmen. So, Max, was haben wir denn hier? Ampel, Wikingerhelm. Guck mal. Okay, zu schade. Gut, haben wir denn irgendwas Neues hier? Der Kuchen sieht wirklich lecker aus. 25.05, okay. Irgendwas Interessantes hier. Oh, hallo? Was ist mit ihm hier? Hallo? Hallo? Tach, mich erschrecken. Look, Max, it's our neighbor, Flint Paper. Hiya, fellas. Keep it on the down low, would you? I'm doing surveillance. Oh, boy. Real detective work. Who are you spying on? Some mug. Name of Bosco. Was? Oh, nein. Warum? Bosco kommt in Schwierigkeiten. Warum? Flint Paper? Nee. Was ist da? Aschebischer? Stinkies has a no smoking unless you're Flint Policy. Sounds a lot like their policy on homicides. Hm, okay. Hm. Hm. Ist dann irgendwas hier, irgendwas Interessantes hier? Warte mal, lass mich mal Tee benutzen. Okay. Den kennen wir, glaube ich, noch nicht. Jesus war hier. Wer ist das J.H.C. Fellow? Äh, boah, wer weiß das schon? Es braucht keinen Garten. Es braucht einen Plastik-Surgeon. Hm. Okay. Aber nichts. Warte mal, ist da noch was? Tee. Okay, da unten. Was ist da unten? Ach nee, das war nur Max. Okay, da oben. Da, da. Guck mal, das ist doch fast dreieckig. Nee, nicht der Mimimbehälter. Oder jemand hält es von der Innenseite. Ich liebe deinen Optimismus, Max. Nee, hier, das... Okay, ich komme da in den Mimimbehälter ran. Okay. Noch irgendwas? Warte mal, hier, guck mal ein Vorfatsch. Nein, will er nicht. Okay. Stopp-Schild. Er hat nicht die richtige... Können wir deinen Signum, Stinky? Es ist ziemlich wichtig. Well, okay. Aber bringe es zurück. Es ist ein nationaler Heirloom. Das ist das Stopp-Sign, das hätte die Kennedy-Assassination verhindert, wenn Connolly es nicht erledigt hätte. Warum habe ich das jetzt mitgenommen? Das hat doch gar nicht die richtige Form. Okay. Ist hier irgendwas? Elbhorn? Nein, nein, nein. Hui! Hui! Ist das dein Pfeil, Stinky? Ja, ich habe es aus dem Körper von einem 50-Foot-Sherlock-Holmes. Was? Okay. Okay, natürlich gerne. Asche-Bäscher? Noch irgendwas da oben? Das ist nur der Hai. Da ist nix, da ist nix, da ist nix. Was gibt es denn heute? Basalt-Bäscher für die Kleinen. Okay, haben wir uns schon ausreichend mit ihr unterhalten. Hi. Hiya, Stinky. Oh. Sehr interessiert. Was? 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 Marinara-Sauce für die Meatball-Banana-Split-Pie-Italiano. Okay, kann ich einen davon haben, aber was ist mit dem alten Stinky genau? Was hast du mit deinem Grandpa gemacht? Nee, nee. Was ist mein Flint-Paper hier? Was ist Flint-Paper hier? Ich habe dich das gleiche Sache gemacht. Er ist hier alle Morgen. Nervös über eine Trio von Ace-Detectives snoochen in, deine kleine Scheme-Lady? Oh, nicht so. Silly, I just have to move some things out of the meat locker. But I can't if I keep having to refill his java and empty his ashtray. Oh, meine Güte. Aww. Next time you hear from him, tell Grandpa Stinky we said hello. Oh, I don't think we'll be hearing from him ever again. Because you sent him on a permanent vacation? No, because he was a cheapskate and I refuse collect calls. What is it with you guys? Okay. Haushalte, Ausschau nach Dreiecken. Jawohl, das ist, was wir brauchen. A rogue triangle is chasing after Sibyl. Triangle? Yeah, that's not really my thing. I specialize in the more circular, interdimensional portals. Some expert? Yes, Stinky. You're an expert in portals, like President Max is an expert in diplomacy. Risk is more my thing. Okay. Sibyl braucht unsere Hilfe. Allerdings. Any ideas to help Sibyl? Drop that Lincoln guy like a bad habit. We meant more short-term, but thanks. Hm, was ist das Tagesmenü? What's the special today? Oh, it's just a sandwich I whipped up for the Camp David Middle East Peace Summit in 2000. Roast beef, Munster cheese on a slab of granite on sliced sourdough. Nothing special. A slab of granite? Yeah, you know, for texture. On the kids menu I substitute a slab of basalt. It's easier for the little ones to digest. Okay, good. Gut, ja, wir möchten es gerne bestellen. Hm. We like the soft-boiled eggs on waffles. With coffee, extra cream. Sal, get me Scooter Libby on a glockenspiel with Mike Tyson singing alto. Äh, klar. Okay, gut. Ja, alles klar. Schon gut. On second thought, I'm not that hungry. If you say so. If you say so. Bis später. Bye, stinky. So, ich frage mich immer noch, warum wir das Stoppschild genommen haben. Hm. Ist das Teil des Auftrags? Wenn wir ein Dreik gefunden haben. Hm. Essen sie bald wieder. Wenn wir ein Dreik gefunden haben, dass wir damit sagen Stopp. Warte, was war das hier? Ach, das sind einfach nur die Poster. Okay. Hör mal, Jungs. Könnt ihr uns weiterhelfen? Howdy, Cops. How's the Autobody-Business? Hello. We're working on... Hello. We're working on the most... Help! Please calm down, lady! We're sorry. We cannot handle your request until you've taken care of the noise problem. Hm. Okay. Was denn? Was denn? Ja, geh mal weg. So, hier vorne hat er doch... Können wir das irgendwie hier an dem... Nee, das Soto... Können wir das irgendwo dran anbringen? Warte mal, ich probier's mal einfach, ob es reicht, es hochzuhalten. Es reicht, es hochzuhalten. Ah, ja. 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 Was? Nein, was machst du denn? Oh. As I was saying, there's another case solved. And with minimal casualties. What do you think's on the other side, Sam? Oh, I don't know. Probably some horrible alternate dimension ruled by incomprehensibly horrific ancient gods seeking to bring chaos to this plane. You wanna jump in? You can read my mind, Sam. Was? Oh nein, ich hoffe nicht. Oh nein. Warum? Ah, und damit geht's los. Moi, better... Was? Better irgendwas. Better... Ja. Better don't ask. Ui. Okay, das Intro. Ich laber mal wieder drüber, damit ich keinen Stress kriege mit Musik und so. Weiß ich nicht, ob das ein Thema ist, aber ich möchte es nicht riskieren. Künstlerische Leiter, da sind sie alle. Das haben wir aber doch schon gesehen. Also das hier jetzt im Spezialen nicht. Oh. Oh. Okay. Ich kann was machen. Ist es interaktiv? Na sowas. Remastered. Bye. Ja. Und. Schön. Das ist ein bisschen mehr Tropical. Das ist ein bisschen mehr Tropical, als ich mir gedacht, ein Horrificer Alternative Dimension zu sein. Hilfe! 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 Oh, du big baby. Aber mein Nose brennt so schnell. Ich werde es für dich später. Oh, hallo Sam & Max! Sie sind auch auf vacation? Vacation? Wir kamen hier zu retten, von unimaginable Horrors über den Portal des Mystery. Wir könnten zumindest die Courtesie sein, um auf Spikes zu spüren oder so. Gehen Sie, Harvey. Sie blockieren meine Tan. Vielen Dank für die Gedanken, Leute. Aber dieses Ort ist großartig. Was war der Name wieder? Rapa Nui? Rapa Nui! Rapa Nui! The crux of all paranormal activity in the South Pacific. Commonly known as Easter Island. Because once you leave, three days later you can't wait to come back. Abe and I thought this would be a great chance to get some alone time. Emphasis on alone. Ah, finally. Someone has come to rescue us from the ancient prophecy. Woah, they talk? Uh oh, Sam. Ancient prophecies can only mean two things. tedious backstories and work we don't get paid for. Let's hear them out, little buddy. Well, alright. Maybe these giant stone heads have something interesting to say. What's all this about a prophecy? The ancient ones said this was going to happen. It's the end of our civilization. But you can stop the prophecy and save us all. Okay, what is this for a prophecy? What exactly does this prophecy say is going to happen? The Carvers foretold a golden age of one thousand years of peace. And then a terrible cataclysm. The great volcano god Ronakau would reawaken and rain fiery death upon the island. Our noble civilization would come to an end. Hot damn. Sounds like we picked the coolest time to come. Hm, okay. What should we do? How can we help? What do you want us to do? You must stop Ronakau from erupting and destroying us all. Okay, wir übernehmen den Fall. Hm, es gibt sowieso keine andere Möglichkeit. We'll take the case. Your honor. What does that mean? Like the Hawaiian word aloha. It can mean many things like hello, goodbye. Or as in this case, we're not going to pay you. Deadbeat really is the universal language. Hm, okay. Hat die prophezeit langer Dialog? Does the prophecy say anything else? Oh, there's a pretty good recipe for basalt brownies in there. But the volcano eruption and the end of civilization are the most interesting parts. Okay, good. Werden wir in der Prophezeiung erwähnt? Ist das eine wichtige... Ja, okay. How about us? Does the prophecy mention us? Uh, not that I recall. Oh, there's the creation of the world. Then nothing until the iPod. Followed by the fall of civilization. Not even a passing reference. Oh, there's a good job in the Senate early. Oh, right. There is that bit about the coming of the shoeless dog and the horrifying mouth that walks. Who would appear in the final days to wreak mayhem on the island. Mm-hmm. I knew it! That makes an even dozen, doesn't it, Sam? At least. What Paris Hilton is to celebrity gossip blogs, Max is to ancient prophecies of the apocalypse. Okay, wer seid ihr eigentlich? Who are you guys anyway? We are the Moai. Guardians of the island spirit. Keepers of the elemental power. Sounds like either a good prog rock album or a bad animated series. I control the power of wind. Get out! Well, I used to control the wind. Now there's not much point to it. Okay. Aber das würden wir gerne mal sehen, mach mal. If you control the wind, let's see a demonstration. Eh, I'm not really in the mood. Not in the mood? Come on, blow us up a typhoon. I guess I've just got a case of the blows. I don't know. Oh, okay. Blassen wir uns Wind zu. Come on, blow us up a typhoon. You know how to whistle, don't you? Just put your stone slabs together and blow. Eh, I'm not really in the mood. Okay, wir müssen sie wohl in die mood bringen. Where is this ancient hidden underground cave? It's hidden. Cool it, Rocky. We were asking the middle one. Unfortunately, he is correct. The entrance to the cave is shrouded in mystery and the path is fraught with peril. Fraught with peril or just rife with peril? Well, this is the kind of thing we need to know going in. It doesn't matter, you'll never find it. Na, toll. Okay, wofür sind die ganzen Dreiecke? What's the deal with all these triangles? The ancients used them to transport the sacred stones and to travel all throughout the world. And for practical jokes, which weren't funny. Hmm. Have you heard the good news about rhinoplasty? What are you implying? Oh, nothing. It's good you're not bound by the conventions of traditional beauty. I'm just the way the carvers made me. Oh. Okay, gut. Da möchte ich aber auch nicht weiter fragen. Bis später. Max and I will find a way to stop that volcano. Oh, good. Then we'll be able to go back to our important work of sitting motionless and staring. At least we have something to look forward to. Naja, gut. Okay, so. My Kopf. Hello, we're Sam and Max, Freelance Police. What do you do? I'm the guardian of the stone. What was that? I can't understand you. I said, I'm the guardian of the stone. Still can't understand you. Speak a little more clearly. I said, no! Ah, so funktioniert das also. Und was hat das mit dem Gong auf sich? It's a silver gong. Okay, mehr noch nicht. Ihr Vorname Noahs Arche. What's left of Noahs Arche? So the legends are true. Someone really was crazy enough to save mosquitoes from extinction. And humans. Live and learn. Live and learn. Yes, yes, yes. Und hier haben wir noch mehr. Hier hat sich eine Menge Zeug angesammelt, ey. Look at all this junk that's been sucked into the Bermuda Triangle. Anything good? You want to read the second half of the twenty commandments? Nah, I only support omnipotent deities when I'm the deity. Ah, okay, good. Okay, okay. So, was ist mit dir mit dem Gong? It's a silver gong. Auch da können wir nichts machen. Irgendwas wird da wohl noch dazu kommen. Hier, guck mal. Da sind noch kleine Dreiecke. It's a gong with a silver triangle on it. Okay. Check this out, Max. Oh, cool. Cool. Auf der anderen Seite auch, ne? Check this out, Max. Das wird doch sicherlich später nochmal wichtig. So, Portal 3. Komme zurück. Wir kommen zurück. Müssen wir zurück? Okay. Ja. Okay, das war lustig, aber ich glaube nicht, dass wir das schon sollten. Wir müssen uns weiter umgucken, ne? Und da sind wir wieder, genau. Foundation of Youth. Oh, cool. Der Jungbrun. It's the fountain of youth. Make a wish, Sam! Oh. Piranhas. I wish there wasn't a deadly piranha swimming in it. I never wish that about anything. Hm, okay. Aber können wir uns was anderes ansehen? Nee, ne? Nee, können wir nicht. Rettungsring. The only thing that survived from the SS Minnow. Did they ever find all those irritating castaways? Nobody ever looked. Hm. Sonst was? Nee. Dead End. Fundsachen. Da war nix dabei, ne? Mein Kopf. Was ist eigentlich mit dir? Hey. Why the long face? It's just that we've been here for so long and there's so little for us to do. I have to question the soul-crushing bleakness of our existence and... Oh, wait. You're making fun of me, aren't you? Took him long enough to catch on. The way that sob story was going. I thought he was about to show us baby pictures and have his sign his yearbook. Not cool. Not cool. Ah, okay. Do you believe in all this prophecy of destruction mumbo jumbo? Of course I do. I can feel Ranakao's anger rumbling even now. Me too, Sam. I think those tamales from stinkies are repeating on me. Ah, scatological humor. Very classy. Hm. Okay. Sorge nicht. Ich lache. Liebe. So, your civilization is coming to a fiery cataclysmic end. Don't sweat it. I'm glad you can joke about the end of our civilization. I don't find it particularly funny. Okay, dann nicht. What's your story? If you must know, I am the keeper of the power of earth. Sounds neat. Why don't you give us a demonstration? I'm not going to unleash the tremendous power of the earth god on just a whim. Hmm. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. If we're going to help you with your volcano problem, the least you could do is shake things up a bit. This isn't some game. I wasn't granted elemental powers just to amuse you. Are we gonna have to dig this guy up to get the stick out of his butt? He wasn't always like this. There was a time centuries ago when the ground would shake with his laughter. And there was a time when you didn't need a sandblaster to fit in your ceremonial dress. Boah. That was uncalled for. Okay. So. 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 So what is that? What is that with the beiden? Ne. What does Dieserle knows? Don't miss it. Ancient Hidden underground cave. Okay. Cool. So. 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 Den beiden müssen wir uns auch noch unterhalten. Wo haben die das ganze Essen herbekommen? Hallo? Ist hier eigentlich noch was? Nee, da ist es nicht mehr. Okay, alles klar. Gut, dann sag mal tschüss. Guck mal in die Kamera. Ja, da gucken sie in die Kamera. So, tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Guck mal in die Kamera.